Guten Morgen! Ich bin ein bisschen spazieren. Nach dem Sturm guck mal, was er alles angestellt hat. Überall liegen Äste, überall sind auch Absperrungen und Kräne, die irgendwelche Bäume da zurecht machen. Es ist schon echt heftig, was der hier angerichtet hat. Scheint wohl echt sehr stark gewesen zu sein. Ich habe ja im letzten Video so einen kleinen Ausschnitt gezeigt. Jetzt gucke ich mir das Ganze an. Aber die Luft ist so schön abgekühlt. Also ich bin so froh, dass ich endlich wieder raus kann mit ihr. Das ist auch echt angenehm. Mein Mann und meine Tochter sind im Schwimmbad. Die konnten ja gestern nicht. Jetzt heute dann halt Schwimmbad, nicht Freibad. Und ich drehe hier meine Runden. Zum Glück, die Bauern freuen sich, dass endlich mal ordentlich Regen runterkam. Naja, ich genieße das jetzt ein bisschen. Das ist zwar grau, aber ich mag das Wetter gerade sehr. Die Luft tut gerade so gut. Es ist so schön frisch draußen. Schön abgekühlt. Gefällt mir richtig gut. Ja, ich freue mich so, dass es nicht mehr so heiß ist. Das war echt nicht mehr auszuhalten. Und so freuen sich auch die Felder, die ganzen Pflanzen. Ist schon schön jetzt. So gehe ich gerne raus. Ja, vielleicht gehe ich gleich auf dem Rückweg noch. Ich brauche ganz dringend Milch für die Kleine. Und was war noch? Wasser. Genau. Das muss ich gleich einkaufen. Ja, und das mache ich dann auf dem Rückweg und dann gehe ich nach Hause. Mal gucken. Vielleicht so ein, zwei Stunden. Ja, kochen brauche ich heute auch nicht. Wir haben immer noch Reste von gestern. Ist auch schon mal gut. Und morgen muss ich auf jeden Fall einen von den zwei Zucchinis verarbeiten. Ja, ich habe so schon zwei, drei Ideen. Ich nehme euch dann auch mit. Mal gucken, was draus wird. Lasst euch überraschen. Und ja, was gibt es sonst zu sagen? Gar nichts eigentlich. Ich genieße jetzt das Wetter. Euch auch einen schönen Tag. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ja, viel Spaß. So, ich kann nicht mehr. Mir ist so heiß. Ich komme gerade vom Einkaufen. Ich war jetzt spazieren. Und jetzt war ich noch schnell im Niedel. Ich wollte eigentlich nur ganz wenig kaufen. Bin 50 Euro los. Es waren aber super Angebote dabei. Und irgendwie, ja, ich war zwar mit dem Kinderwagen und alleine. Es war jetzt gerade echt anstrengend. Es ist richtig schwül geworden. Die Sonne kam jetzt raus. Aber ja, irgendwie, weiß ich nicht. Musste ich das jetzt machen? Ich habe zweimal Eis. Ich habe die schon aufgemacht und ins Gefrierfach geschmissen, damit die nicht schmelzen. Das war mit der App, ich glaube, 20% günstiger. Dann 1,99 das Pepper-Wurz-Eis gab es bei uns endlich wieder. Meine Tochter liebt das. Zweimal Kefir. Eine ist leider mir in der Tasche kaputt gegangen. Da ist so ein kleines Loch und das ist hier drauf gekippt. Und meine Einkaufstasche musste ich jetzt in die Wäsche schmeißen. Schnell, weil bei der Hitze wird das so schnell stinken. Einmal Wasser. Das Müsli hier gab es umsonst mit der App. Dann war der Kaffee im Angebot. Mein Mann hat eh fast leer hier. Der Kaffee ist ausgelaufen. Die waren auch 20% billiger, die Servietten. Dann Pistazien mögen wir sehr gerne. Das war auch reduziert 1,49 diese Woche. Ich liebe die. Die sind so lecker. Auch belegt oder einfach nur mit ein bisschen Frischkäse und Kräutern noch drauf. Richtig lecker. Dann Fruchtzwerge für nur 1 Euro für meine Tochter. Ach, da ist ein Stiel mit bei. Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist Kindheit. Und ein Brot brauchten wir. Eigentlich wollte ich ein anderes nehmen, aber das ist neu. Irgendwie Senfkruste mit irgendwas. Wollte ich mal probieren. Das ist schön weich. Und das hat auch 1,99 gekostet, habe ich jetzt mitgenommen. Ja, und Kaffee ist teurer geworden. Das hat immer 69 Cent gekostet. Jetzt kostet es 89 Cent. Ich bin so ein bisschen sauer, warum jetzt alles so extrem teuer wird. Auch Wasser 25 Cent. Das war immer 19 Cent. Ja, Kleinvieh macht auch Mist. Wie sagt man? Dann zeige ich euch jetzt auch noch den Rest. Einmal Heidelbeeren. 400 Gramm. 2,39 Euro. Ich liebe Heidelbeeren. Richtig lecker. Dann war zweimal Bauchscheiben. Auf 50 Prozent billiger. Sieht man ja hier den Preis. Einmal mit Paprika und einmal mit Barbecue. Ich mag Bauch nicht, aber mein Mann mag das und ich schmeiße es dann einfach ins Gefrierfach, weil es ist bei uns jetzt so oft so, dass wir richtig spontan zu den Eltern zum Beispiel in den Garten fahren und dann grillen wollen. Dann hole ich es einfach immer aus dem Tiefkühler. Also ich habe es dann gerne da, wenn es gerade im Angebot ist. Warum nicht? Zweimal Butter. Die war auch reduziert. 1,99. Dann so Parmesan gehobelt. Das liebe ich im Salat. Tomaten waren leer. Dann habe ich nochmal so ein Hähnchen genommen. Das war jetzt 4,99 das Kilo. Also noch günstiger. Und wie viel habe ich denn jetzt hier? Ja, knapp 1,5 Kilo. Und das sind nicht ganz 6 Euro. Also lohnt sich schon auf jeden Fall. Ich zerteile das dann einfach und werde das alles einfrieren. Also Hühnchenbrust getrennt, dann die Schenkel vielleicht getrennt und so. So mache ich das dann und wenn ich das dann brauche, auch den Rücken verwerte ich ja. Ich weiß nicht, ob das Video jetzt schon draußen ist oder es noch kommt, aber auf meinem anderen Kanal, meinem Food-Kanal, da mache ich aus diesem einen Hähnchen 4 Gerichte. Genau, vielleicht ist da ja ein bisschen was als Idee für jemanden dabei. Jagdwurst für meinen Mann, dann darauf gab es auch 20% mit der App. Geflügelbratwurst, schmeiße ich auch einfach ins Gefrierfach. Eine Gurke, Hefe und Käse. Genau, das war's. Ah, und noch das Milchpulver für meine Tochter. Das habe ich aber jetzt unten noch vergessen. Ich musste ja alles alleine schleppen, das liegt noch im Kinderwagen. Hol ich dann gleich hoch. Ja, das war's. Verräume ich das jetzt mal alles und ziehe mich um. Und ja, das ist jetzt so heiß geworden, ich kann nicht mehr. Jetzt ist schon der nächste Tag und ich nehme euch dabei mit, wie ich die Blumenkohlsuppe mache. Ich hatte ja diesen Blumenkohl für 42 Cent gekauft und jetzt, wenn man das so berechnet, ist die Suppe richtig günstig geworden. Hierfür zerteile ich erstmal den Blumenkohl in die einzelnen Röschen. Ich versuche sie so ein bisschen kleiner zu machen, aber auch so ein paar große sind nicht schlimm. Hier weiß ich nicht, was mit dem Licht passiert ist, tut mir leid. Aber da schmeiße ich sie halt in Salzwasser und koche sie erstmal für 15 Minuten. Dann siebe ich das alles. Das Wasser fange ich auf. Das Wasser hatte ich auch gesalzen. Und in den Topf schmeiße ich jetzt 2 Esslöffel Butter und 2 Esslöffel Mehl rein. Ich mache dann daraus so eine Mehlschwitze. Ich mache das mit dem Schneewesen, damit es halt dann keine Klümpchen gibt. Jetzt schnappen wir uns den Suden, den wir auch gefangen haben. Und unter Rühren gebe ich immer so 2-3 Kellen da rein. Der Süd ist ja auch noch warm. Und rühre das halt so unter, damit keine Klümpchen entstehen. So haben wir dann eine schön cremige Suppe. Während die Brühe dann so ein bisschen nochmal aufkocht, schnappe ich mir ein Ei und trenne Eigelb und Eiweiß. Jetzt gebrochen das Eigelb jetzt. Und da gebe ich etwas Sahne hinzu. Salze das und Pfeffer es. Jetzt könnt ihr auch Gewürze reinhauen, die ihr noch möchtet. Weil in der Suppe selbst, wo der Blumenkohl drin war, war nur Salz. Mehr habe ich nicht reingemacht. Die ist ganz, ganz simpel. Aber ich mag das so. Und dann, ja, wenn die Suppe wieder aufgekocht hat, dann unter Rühren geben wir die Ei-Masse da rein. Und vermischen das halt auch nochmal. Als nächstes nehmen wir jetzt unsere Blumenkohl-Röschen und geben sie wieder zurück in die Suppe hinein. Und lassen das Ganze nochmal so für 5-10 Minuten ungefähr köcheln, damit der Blumenkohl einfach noch ein bisschen weicher wird. Und dann kann man sie auch schon servieren. Ich gebe gerne noch ein Stück Zitrone rein. Und das war's dann auch. Parallel zur Suppe habe ich auch noch die Zucchini Kartoffelpuffer gemacht. Diese habe ich mir ungefähr 500 Gramm von meiner Zucchini geschmackt. Die war ja, das ist etwa ein Kilo schwer. Und davon habe ich halt die Hälfte genommen und zerreibe diese. Ich mache das auf der etwas gröberen Reibe. Also nicht die ganz feine. Ich mag das einfach, wenn die Stücke so ein bisschen, ja, zu sehen und zu spüren sind dann später. Ich gebe das jetzt alles in ein Sieb, damit ich das ganze Wasser ausspringen kann. Also ich lasse das einfach erstmal so stehen, solange ich mich den Kartoffeln widme. Ich hatte leider nur noch zwei große da. Das waren jetzt circa 200 Gramm. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Ihr könnt das an sich eins zu eins machen. So wäre es noch ein bisschen leckerer geworden. Aber ich hatte es jetzt halt nur so da. Das macht nichts. Jetzt habe ich dann nur drei Eier genommen. Sonst würde ich jetzt vier nehmen. Hab halt geschaut. Und dann auch gewürzt. Also Salz, Pfeffer natürlich. Und dann hatte ich so ein Kräuter, ein Kräuterquarkgewürz. Auch vom Niedel. Das ist auch richtig lecker. Das habe ich dann ordentlich reingehauen. Ja, nach der ersten Partie, die ich dann schon gebraten hatte, hatte ich einprobiert. Und dann habe ich gemerkt, es hat ein bisschen Salz gefehlt. Also macht ruhig ordentlich Salz rein. Jetzt habe ich gerade vier Esslöffel Mehl der Masse zugegeben. Und ich vermenge das. Und schaue mir das dann an. Und gemerkt habe ich dann halt, dass es ein bisschen zu wenig ist. Und habe nochmal vier Esslöffel gemacht. Also so gut gehäufte. Weil ich wollte schon, dass so ein kleiner Teig entsteht. Und ja, jetzt hat mir die Konsistenz gefallen. Und dann gehen wir ans Braten. Ich brate die Pfeffer in einer Pfanne bei mittlerer Stufe in reichlich Öl an. Hierfür gebe ich immer einen gut gehölften Esslöffel von dem Teig in die Pfanne. Und ja, brate sie von jeder Seite so circa fünf bis sieben Minuten an. Wenn sie fertig sind, gebe ich sie auf ein Silber. So, dass es überschüssige Fett abtropfen kann. Und das war's. Dann mache ich weiter. Und ich habe aus der Maske 20 Puffer bekommen. Die waren sehr, sehr lecker. Wie gesagt, salzt ein bisschen mehr als ich. Und ich habe sie jetzt mit Sauerküden gegessen. Aber auch mit Schmanzen sind sie sehr lecker. Und falls ihr sie nachmacht, wünsche ich euch einen guten Appetit. So, ich habe mich jetzt ins Kinderzimmer gesetzt, um mal ein bisschen mit euch zu quatschen. Und ja, die Kleine ist jetzt eingeschlafen. Deswegen kann ich gerade die Kamera anschmeißen. Ich gehe aber auch gleich bald ins Bett. Ich bin schon richtig müde. Und zwar, ja, das Video jetzt heute war mal wieder mehr ums Essen. Aber das ist halt Hauptbestandteil bei mir. Und wenn ich kochen kann, dann habe ich auch logischerweise gerade die Zeit, um die Kamera mitlaufen zu lassen. Sie aufzustellen. Und das so ein bisschen, ja, mitzufüllen. Deswegen ist es halt... Aber ich gucke das selber sehr, sehr gerne auch. Also ich liebe das zu schauen. Wie kochen andere? Was kaufen die ein? Was für Ideen haben die? Was kenne ich noch nicht? Was kann ich auch für mich und meine Familie mitnehmen? Deswegen hoffe ich, es gefällt euch. Wenn nicht, tut es mir leid. Zeit ist es gerade halt einfach so. Also putzen und ausmisten. Vor allem ausmisten kommt jetzt auch demnächst mal. Ich kann aber nicht versprechen oder sagen, wann genau. Weil ich dafür halt echt wirklich Zeit brauche. Vor allem das Kinderzimmer ist dran. Und das hat es echt nötig. Also wirklich. Dann kommt die Küche. Unbedingt. Ganz, ganz schlimm ist die Küche. Ich zeige euch ja so diese kleine Ecke. Die Küche ist sehr, sehr klein. Es ist eine sehr alte Küche. Das Haus ist auch sehr alt. Ähm. Und die Küche ist halt noch drin geblieben von den Vorbesitzern. Das Waschbecken ist auch so total, ähm. Ja, ich würde jetzt sagen versifft. Das ist halt so ein weißes Waschbecken. Und da geht, da drin ist halt irgendwie so die Beschichtung ab. Und es geht halt, also das muss alles auch immer getauscht werden. Alles aber dann mit der Zeit. Am liebsten hätte ich auch eine Küche unten. In dem leeren Raum. Aber ja, das nötige Kleingeld fehlt halt. Weil ja, da muss man ja auch erstmal die Anschlüsse ziehen. Und dann so eine Küche ist ja auch nicht gerade billig. Aber mit so einer Miniküche komme ich halt kaum klar. Also da herrscht immer Chaos. Und vor allem wenn ich dann, oder wenn wir dann auch noch anfangen einfach nur noch rein zu stopfen. Hauptsache aus dem Blick, aus dem Sinn sozusagen. Ja, und mir dann alles immer entgegen fliegt. Also so langsam kriegen wir hier die Krise, mein Mann und ich. Aber ja, das ist halt so ein Part, da brauche ich halt wirklich Zeit für. Und das muss auch ich machen. Also das kann ich nicht mal. Weil beim Putzen und Aufräumen, da hilft mein Mann mir sehr viel. Also das teilen wir uns auf. Nur ja, wenn er dann mal was macht, dann filme ich ihn jetzt nicht. So wie letztes Mal, wo er dann den Rest des Bades geputzt hat oder durchgesaugt hat. Ja, also so, wie gesagt, wenn die Kleine mal schläft, dann versuche ich immer schnell irgendwas zu schaffen. Aber da ist halt wenig Zeit. Also sie schläft vielleicht eine halbe Stunde. Und dann jetzt noch die Kamera anmachen und dann noch zu schauen, passt der Winkel? Sieht man alles? Und das raubt halt echt ein bisschen Zeit. Deswegen putze ich einfach oder räume halt ganz schnell auf ohne Kamera. Aber es wird kommen. Es wird wirklich kommen. Und das nehme ich mir ganz, ganz fest vor. Ja, weil die Kleine, selbst wenn sie viel schläft auf meinem Arm, dann liege ich da so die ganze Zeit mit ihr so irgendwie. Und versuche dann irgendwie, weiß ich nicht, meinen Tag so zu planen. Und ja, klappt dann halt nicht, weil ich selber nur mit ihr rumliegen kann. Weil sobald ich sie weglege, dann weint sie und ich trage sie halt sehr, sehr viel. Aber ja, ich finde das jetzt nicht schlimm. Also ich finde auch nicht, dass ich sie verwöhne. Weil das gehört dazu, sie ist so klein, dass diese Zeit rennt weg. Die ist einfach bald nicht mehr da. Und dann sitzt man da und bereut es. Und für was? Und für was? Dass ich putzen kann? Also jetzt mal ehrlich, das wird mir nicht fehlen. Ich werde da jetzt nicht dran denken, wenn ich alt bin und dann sitzen. Och, was für eine tolle Zeit hatte ich beim Putzen verbracht. Das ist, es gehört dazu, es muss sein, aber es ist jetzt nichts, was ich über alles stelle. Also wenn das Wetter gut ist, gehe ich auch stundenlang raus, weil ich sie dann nicht schleppen muss. Und, huch, Entschuldigung. Und ja, wenn ich sie schleppe sowieso nichts schaffe, deswegen gehe ich dann lieber einfach raus. Weil so, ne, kriegt man auch den Kopf ein bisschen frei, man ist an der frischen Luft. Und zu Hause, ja, beschäftige ich mich halt mit ihr die ganze Zeit oder laufe halt mit ihr rum. Und auch das wird schnell vergehen. Und dann sitzt man da und denkt sich ja, wo ist die Zeit geblieben? Ich kenne das ja von meinen Großen. Mein Großer ist elf, meine Tochter sieben und die Kleine ist jetzt halt viereinhalb Monate alt. Also will ich das nochmal ganz, ganz besonders genießen. Und ja, so ein Baby schreien lassen kann ich halt nicht. Also, ne, das kriege ich nicht hin. Egal, wie anstrengend und nervig es wirklich ist. Es ist ja nicht lange so. Und deswegen, ja, und wie gesagt, bald kommt dann das Ausmisten und das Putzen. Das wird alles da sein. Jetzt ist halt mehr bisschen quatschen, bisschen kochen, bisschen einkaufen. Und ja, ich überlege mir, ich muss da auch erstmal reinfinden in dieses Vloggen und schauen. Ich hatte halt einfach Lust dazu gehabt. Und es macht mir auch sehr viel Spaß. Nur ich habe halt Angst, dass ich dann irgendwann mal langweile mit diesem Kochen und keine Ahnung. Aber ja, ich schaue das halt sehr gerne. Und es gibt ja auch sehr viele andere, die wirklich viel Putzvideos machen und andere Sachen machen. Bei mir klappt es halt gerade leider nicht. Aber ich bin ja noch am Anfang. Und ich hoffe halt, dass es bei mir dann auch so sich umsetzen lässt alles. Jetzt bald werde ich auch die Schultüte für meine Tochter basteln. Da wollte ich euch auch mitnehmen. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Und für meinen Sohn hatte ich sie auch damals gebastelt. Die werde ich dann, glaube ich, einfach einblenden in dem Video. Ich werde das auch getrennt hochladen, weil das interessiert ja vielleicht nicht jeden. Dann mache ich einfach so ein extra Video, wo ich das bastel und befülle. Ja, und dann kann ich ja auch zeigen, wie ich die von meinem Sohn gemacht habe. Das hat so Spaß gemacht. Ja, was gibt es sonst zu sagen? Eigentlich nicht. Nicht viel, nee. Das war's. Ich wünsche euch dann eine gute Nacht, falls ihr es abends schaut. Und einen schönen Tag, falls ihr es tagsüber schaut. Aber ich sage jetzt Ciao, gute Nacht. Da dachte ich geschlafen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.